Ja, Freitag, 23. September 2016, über 20 Grad, die Sonne scheint, bisschen diesig ist es, aber schick. Aber ich habe noch ein bisschen was zu tun, deswegen bin ich auch zu Hause und nicht am See. Na gut, aber sieht das nicht geil aus? Der Herbst macht die Bäume bunt. Kann mich gar nicht von satt sehen. Okay, weiter geht's. Ich muss noch ein bisschen was tun, wie gesagt.